Das klassische Argument, das macht ihr ja nur für die Jungen. Und die Älteren wollen das ja gar nicht. Und der Großteil unserer Mitglieder ist ja überhaupt nicht digital. Ich glaube, das kann man damit komplett entkläften. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind hier heute im Studio und ich begrüße Professor Holger Siebert. Schön, dass du da bist, Holger. Schön, dass ich hier sein kann. Hallo, Debbie. Hallo, Holger. Du bist Experte für digitales Kommunikationsmanagement an der Makromedia Hochschule in Köln und arbeitest sowohl für private Unternehmen als auch zum Beispiel für die Kirche. Du hast ja auch eine Studie verfasst, gemeinsam mit dem VHK-Versicherer im Raum der Kirchen, der ja auch das Projekt hier unterstützt und ermöglicht. Worum ging es denn da? Wir wollten uns mal angucken, wie die Digitalisierung eben im Raum der Kirchen aussieht und wie weit eigentlich die Kirchenmitglieder, die Kirchenmitarbeiter und auch die Institutionen digitalisiert sind. Also in welchen Bereichen die schon digitale Tools nutzen, wie die miteinander kommunizieren digital und alles, was damit zusammenhängt. Das heißt einmal quasi wie so ein Check-up, also Status quo quasi erheben. Wo steht Kirche im Sinne von Digitalisierung? Ja genau, und zwar nicht nur Kirche als Institution, sondern eben genauso die Leute, die dort arbeiten und das auch sehr umfassend. Also nicht nur verfasste Kirche, auch Caritas, Diakonie, Krankenhäuser, Kindergärten, whatever. Und auch halt normale Kirchenmitglieder, die keine besondere Funktion haben, wie digital die eigentlich sind. Auch als Beispiel generell auch für andere Non-Profit-Organisationen, um mal zu schauen, wie sieht es da mit Digitalthemen eigentlich aus. Was für einen Umfang hatte die Studie denn? Wie lange hat es gedauert? Wie viele Teilnehmende hattet ihr? Wie habt ihr es überhaupt gemacht? Also wir haben angefangen, das ungefähr vor inzwischen anderthalb Jahren zu konzipieren, zu entwickeln von der Struktur her. Waren dann live damit von ungefähr Februar bis August letzten Jahres. Live damit heißt? Das war eine Online-Befragung, dass man eben online auch reinkam. Und das hatte deswegen diesen langen Zeitraum, weil wir einen Blog hatten, da ging es mir um die Kirchenmitglieder. Das war zusammen mit drei Landeskirchen und zwei Bistümern. Und dann gab es im Sommer noch einen Blog, da ging es um die Kirchenmitarbeiter. Und das haben wir eben auch dann zusammen mit dem VEK und deren Kunden, die dann angeschrieben wurden, gemacht und angegangen. Insgesamt sind etwas über 5000 Interviews zustande gekommen, sodass wir relativ genau beschreiben können, wie es auch in einzelnen Subgruppen und Strukturen einfach aussieht. Okay, und dann ging es quasi so darum, wie werden digitale Medien genutzt, auch im Zusammenhang mit Kirche oder auch nicht? Ja, erstmal, wie nutzen Kirchenmitglieder auch privat digitale Medien? Ah ja. Und was dabei rauskam, das war ganz spannend, eigentlich ist ja das Bild von Kirche eher so ein bisschen analog. Ja. Und auch von den Leuten, die da regelmäßig hingehen, das sind ja so irgendwie die Älteren und die haben mit Digitalität oder mit Internet oder mit Social Media nichts zu tun. Wenn man es wirklich aufzoomt auf die Mitglieder in der Gesamtheit, ist es aber überhaupt nicht so. Sondern Kirchenmitglieder sind ungefähr ein bis zwei Jahre früher bei digitalen Trends und Entwicklungen als die Gesamtbevölkerung. Kirchenmitarbeiter sind ungefähr auf der Trendstufe. Die Institutionen strukturell sind aber ungefähr fünf bis zehn Jahre hinterher. Und das ist so ein bisschen das Problem, das man hat. Also wenn man die Leute fragt, zum Beispiel, wie viel Zeit verbringen sie im Internet oder welche Social Media nutzen sie, dann hat man Instagram als führenden Social Media Kanal schon gehabt, als es in der Gesamtbevölkerung nur Facebook war. Also da gab es wirklich einen Vorlauf. Wenn man sich dann angeguckt hat, wie sieht es aus bei den Mitarbeitern, ist es ähnlich, ein bisschen weniger von den weniger hoch, aber auch da ist es vorne. Und wenn man sich dann anguckt, wie weit Social Media in den Institutionen genutzt werden, dann hat man Werte, die man bei Unternehmen vor zehn, 15 Jahren hatte, vor allem in der externen Kommunikation. Und das ist so dieses Riesengep, dieser Riesenunterschied. Eigentlich können die Leute das, die Kirchenmitglieder sind, die sind ziemlich digital, die nutzen das sehr intensiv. Ungefähr 20 Prozent folgen Social Influencern, also auch kirchlichen Social Influencern und sowas, die nutzen das sehr intensiv. Aber die Institution kriegt sozusagen strukturell nicht auf dem Weg, diese Nachfrage zu befriedigen. Und hängen da so hinterher. Ich frage mich jetzt gerade, es war natürlich auch eine Online-Studie, damit habt ihr natürlich auch irgendwie schon so eine Vorauswahl getroffen, wer da überhaupt teilnehmen kann, wer überhaupt irgendwie diese Barriere überschreitet, da mitzumachen. Ich sage jetzt mal, die 70- oder 80-jährige Omi, die jeden Sonntag da vielleicht in die Messe geht, die habt ihr damit ja wahrscheinlich nicht abfangen können, oder? Die haben wir nur teilweise abfangen können. Was wir gemacht haben, wir haben zum einen die Ergebnisse nachher auch nochmal gewichtet, also bezogen auf die Gesamtgruppen, sodass man auch da einen gewissen Unterschied herbekam. Aber die Befragung ist nicht typisch jung, also wir haben eine Überrepräsentanz, also eine stärkere Gruppe in der Altersgruppe 50 bis 59. Und wir können zeigen, dass selbst das Thema Social Media Nutzung auf entsprechenden Kanälen bis in die 60er Jahre relativ stark hereingeht, vor allem bei reinen Mitgliedern. Was wir nicht haben, sind Leute, die sozusagen komplett offline sind. Da gibt es andere Studien, die wir auch gemacht haben, wo wir uns vergleichen und sich anschauen können. Aber man kann diese Gruppe ungefähr quantifizieren. Und wenn man sich anguckt, in der Gesamtbevölkerung sind wir inzwischen auch bei über 50 Prozent der über 70-Jährigen und über 75 Prozent der 60- bis 70-Jährigen, die relativ aktiv online sind, meist über ihr Smartphone. Und es gibt keinen Grund, warum es in Kirche geringer sein sollte. Es ist sogar noch einen Tacken höher und das kann man dann gewichten und sich anschauen. Naja, das heißt irgendwie, von wie viel bis wie viel Jahren ging so die Altersspanne, die bei der Studie teilgenommen hat? Die gingen los von 14, was eigentlich sehr wenige waren, bis 19. Die meisten waren dann so zwischen 20 und 70 und dann gab es noch einen kleiner Anteil derjenigen, die über 70 sind. Was mich gerade noch interessiert, du hattest gesagt, ihr habt irgendwie verschiedene Institutionen mit einbezogen. Das heißt, es war auch ein ökumenischer Ansatz. Du hast gesagt, ihr hattet irgendwie katholische, evangelische Kirchen drin, aber auch sowas wie Caritas, Diakonie. Die waren auch so Freikirchen mit drin, weil die sind ja oft irgendwie etwas, denke ich irgendwie oder so ist zumindest der Eindruck, ein bisschen fortschrittlicher, was so das Digitale angeht. Oder stimmt das gar nicht? Das ist komplett gespalten. Also erstmal, es waren Freikirchen drin, allerdings mit einem relativ kleinen Anteil, so ungefähr fünf Prozent der Befragten. Wir wissen aus diesen fünf Prozent oder aus anderen Daten, aber dass es bei Freikirchen eigentlich so eine komplette Spaltung gibt. Es gibt Freikirchen, die sehr missionarisch unterwegs sind und das auch digital machen. Und es gibt Freikirchen, die ganz bewusst eher so den analogen Weg fahren, ihre eigene Gemeinde, ihre Gruppe, fast schon Teufelswerk. Also sie sehen das sehr, sehr kritisch in der Struktur und haben dann eine ziemliche Distanz zu. Da gibt es also große Unterschiede. Naja, spannend. Hätte ich gar nicht so erwartet, weil, also ich habe mich viel in so Freikirchenräumen bewegt, die dann, glaube ich, eher so auf dem ersten Spektrum waren. Ja, genau. Und da gehört Digitalisierung sowas von dazu. Ja. Was kann denn jetzt aus der Studie so folgen? Also was wäre so etwas, was du sagen würdest, jetzt haben wir das untersucht und gemacht und haben jetzt diese Erkenntnisse. Wofür kann es gut sein? Ich glaube, erstmal ist es für die, die digital engagiert sind, ein gutes Hilfsmittel. Also das klassische Argument, das macht ihr ja nur für die Jungen. Und die Älteren wollen das ja gar nicht. Und der Großteil unserer Mitglieder ist ja überhaupt nicht digital. Ich glaube, das kann man damit komplett entkläften. Ah ja. Das ist wirklich Bullshit. Das stimmt nicht. Der Großteil der Mitglieder ist ja digital. Die Frage ist, ob der Großteil der Mitglieder, die die Leute selber in ihren Kerngemeinden erleben, ob der so digital ist. Oder ob sich da auch viele Leute tümmeln, die viel weniger Digitalität, ich sage mal, im Blut haben und das wahrnehmen. Auch denen sollte man gerecht werden und tolle Angebote machen. Aber ich glaube, der große Hebel ist, man kann endlich mal zeigen, hey, euer Gegenargument, das ist ja nur für so eine kleine Gruppe, das ist völliger Unsinn. Sondern man kann ganz, ganz viele Leute damit erreichen. Und gerade auch religiöse Angebote werden ganz stark nachgefragt. Frage ist nur, wollen wir die als kirchliche Institutionen dann bieten? Oder wollen wir das komplett irgendwelchen freien Sinngebern, Esoterikerinnen, wem auch immer überlassen? Weil stattfinden tut Sinn, Kommunikation da eh. Frage ist nur, hat man als Kirche daran Anteil oder nicht? Und jetzt mal so ganz hypothetisch, wenn Kirche irgendwann nur noch digital wäre, also wenn es irgendwie gar keine Angebote vor Ort mehr geben würde, aus welchen Gründen auch immer, was wird dann fehlen? Ich glaube, dass der direkte Austausch mit anderen Menschen, auch direkte Begegnung mit anderen Menschen, wir sitzen uns hier jetzt ja auch direkt gegenüber und reden nicht nur in der Videokonferenz miteinander. Und ich glaube, dass das eine andere Form vom Erleben von Menschen, vom Erleben von Glauben und auch von Wahrnehmung ist und dass man tatsächlich beides braucht. Ich glaube aber, dass Digitalität als digitale Teilhabe für ganz viele Leute, die eben diese Präsenz nicht so gut ermöglichen können, ja, aus familiären Gründen, aus Altersgründen, aus welchen Gründen auch immer, mindestens genauso wichtig ist. Und dazwischen muss man halt dann eine gute Balance finden. Eine rein digitale Kirche fände ich kein positives Zielbild, aber eine digitalere Kirche würde ich mir in sehr viel größerem Maße wünschen als das Aktuelle. Hast du irgendwie noch das Gefühl, irgendetwas aus der Studie wurde jetzt noch gar nicht benannt, ist noch total wichtig, willst du unbedingt noch mitgeben? Ich glaube, eine Sache, die noch ganz spannend ist, ist tatsächlich Instagram als Medium der Wahl, auch für Leute bis so in die Höhen 50er hinein. Also es ist nicht mehr ein Phänomen für jüngere Leute, sondern es ist ein Phänomen, was ich ganz stark auch für 40- und 50-jährige Altersgruppen nutzen kann. Einer der Gründe, warum ja junge Leute nicht mehr da sein wollen, damit sie bisher von ihren Eltern nicht beobachtet und wahrgenommen werden und sich veranderstümmern. Aber ich glaube, das Bewusstsein wäre gut. Also viele haben irgendwie eine Webseite und so einen braven Facebook-Account. Das ist schön, aber auch da wäre mindestens jetzt Instagram angesagt und wahrscheinlich in sehr großer Bälde auch nochmal andere Kanäle. Also ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass Kirche viel stärker auch Mitglieder orientiert wird und auch viel stärker Mitglieder befragt und deren Wünsche und Neigungen und Kanalpräferenzen und solche Dinge wahrnimmt und bewusst auch erhebt. Nicht um allen nach dem Mund zu reden, aber um auf dem richtigen Kanal in der richtigen Art mit denen auch sprechen zu können. Und aktuell ist das nicht der Fall. Also sehr viel, was es im kirchlichen Kontext an Forschung, an Selbstbeobachtung und anderen Dingen gibt, beschäftigt sich mit kirchlichen Hauptamtlichen. Und wie es denen geht, warum die keine digitalen Angebote machen und alles, was damit zusammenhängt. Und ich glaube, man muss da weg. Also ich beobachte Kirche an vielen Stellen so ein bisschen gefangen im Kreuzgang, so einer schönen alten Kirche, die häufiger mitten in Innenstädten liegt. Aber man geht ja nicht unbedingt raus, dann in die Fußgängerzone und fragt die Leute auch mal. Und ich glaube, man muss aus diesem Kreuzgang viel häufiger raus und in die Fußgängerzone gehen. Gut, die sterben aus anderen Gründen auch raus, aber jetzt als Bild mal. Und die Leute da wirklich mal befragen, was wollt ihr eigentlich und was braucht ihr? Weil sonst bedient man nur so eine ganz kleine Kernklientel. Und das wäre für das, was Kirche eigentlich zu geben und anzubieten hat, schade. Digitale Kirche ist wahrscheinlich für dich nichts Neues, weil du schaust dir ja auch gerade dieses Video an. Und ich meine, wir bewegen uns hier irgendwie auch im Raum digitaler Kirche. Aber mich würde total interessieren, wo dir das sonst noch begegnet, was du sonst so für Erfahrungen mit digitaler Kirche machst. Ob du schon mal einen Online-Gottesdienst besucht hast oder irgendwo anders in Berührung da mitgekommen bist. Schreib das gerne in die Kommentare und dann freue ich mich auf den Austausch. Und ansonsten freue ich mich auch total über einen Daumen nach oben oder ein Abo, wenn dich Themen wie Glaube, Nachhaltigkeit oder Soziales interessieren. Und damit sage ich nochmal Tschüss Holger. Vielen Dank, dass du da warst. Danke Debbie. Tschüss. Macht's gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020